Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast, Folge 16, Schauspielerei und Rollenspiel. Ja, huhu hier wieder beim Koali und zu einer neuen Folge Neulich in Aventurien. Wir rechnen heute gemeinsam über Schauspielerei und wir, das ist der MLB Rookie. Grüß euch. Und natürlich brauchen wir Fachpersonal, da der MLB Rookie und ich keine Schauspieler sind. Und das nicht so richtig gut können, haben wir uns Gäste eingeladen, die das vielleicht etwas besser können als wir, nämlich die Hörspieler, ein Podcast-Team. Vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor, wer ihr seid und was ihr so macht. Ja, hallo. Ich bin Jan Henrik, bin einer von die Hörspieler und bin Schauspieler. Ich mache, seit ich meine Schauspielausbildung in Hamburg gemacht habe, Theater hier in Hamburg und im Hamburger Umland. Und in der letzten Zeit hat sich vor allem herauskristallisiert das Improvisationstheater. Das ist jetzt im Prinzip fast so mein Hauptjob geworden, womit ich das meiste Geld auch verdiene, was ich so als Schauspieler einnehme. Und ich bin begeisterter Rollenspieler und spiele jetzt schon, also ich habe in der Jugend schon mal gespielt. Und jetzt vor etwa fünf Jahren haben wir unsere Runde gestartet, aus der dann die Hörspieler auch entstanden ist. Da spielen wir das Schwarze Auge. Wir spielen auch tatsächlich gar kein anderes Rollenspieler als das Schwarze Auge, weil Aventurien uns da vollkommen ausreicht und weil wir es einfach lieben, dort zu sein. Und ja, so viel erst mal zu mir und ich gebe rüber. Ja, dann, ich bin Dominik Fels, ich bin auch von den Hörspielern natürlich, bin auch Schauspieler, mache so kleinere Projekte, Schauspielprojekte oder spiele mal an einem Theater ganz unterschiedlich, was immer gerade mal so anfällt. Improvisationstheater ist jetzt nicht unbedingt, nö, habe ich nicht so viel mit am Hut, außer durch Jan Hendrik natürlich. Ja, und ich habe auch schon DSA in meiner Jugend gespielt, dann ganz viele Jahre nicht und dann erst, als wir uns wieder irgendwie zusammengefunden haben, wieder damit angefangen. Und ja, wir spielen jetzt einfach immer weiter. Ja, dann kann man eure Spielrunden, kann man dann hören auf eurem Podcast. Habt ihr so einen festen Rhythmus, in dem ihr Sachen veröffentlicht oder kommen die dann, wenn ihr fertig seid? Also unsere privaten Spielrunden, die kann man nicht auf dem Podcast hören. Die werden wahrscheinlich auch viel zu chaotisch dafür. Aber ansonsten, wir haben ja unser Format, was wir machen und das kann man auf Spotify, auf Deezer und auf... Apple Podcast, Apple Podcast. Genau, und das gibt jetzt keinen festen Tonus, wie wir veröffentlichen. Wir machen die Staffeln und das dauert unterschiedlich lang, haben wir festgestellt. Also jetzt die neueste ist ja die dritte, an der wir gerade arbeiten, die ist jetzt fast fertig. Wir sind da schon in der Post-Production. Also für die, die es nicht kennen, das ist ja nicht so, dass es nur, wir spielen, das schwarze Auge ist, sondern wir haben dann immer noch Musik, die da drunter gelegt wird und Hörspielgeräusche, die drunter gelegt werden. Geschnitten wird das Ganze auch, um etwaige Längen rauszuschneiden oder sowas. Das ist es hauptsächlich so. Oder wenn die Versprecher doch zu viel werden, dann sage ich mal hier, Leute, das müsst ihr nochmal hier einmal den Satz ordentlich machen, dass wir den hinkriegen. Ist aber eher selten der Fall. Also eigentlich bleiben auch Versprecher gerne drin, weil wir finden, dass es authentischer ist. Und ja, insofern, alle paar Monate kommt immer eine neue Staffel. Ich glaube, die letzte haben wir im Oktober 2021 veröffentlicht. Und jetzt, diese Staffel wird jetzt dann irgendwann, wir können ja auch schon mal so grob vielleicht was sagen, entweder nächsten Monat oder übernächsten Monat kommt die neue Staffel bei uns raus. Aber das ist jetzt gerade, seid ihr mit die Ersten quasi, die das erfahren? Uh. Ja, also wisst ihr Bescheid, wenn ihr Rollenspiel und wenn ihr bearbeitetes Rollenspiel mögt und also in Richtung Hörspiel und nicht nur die groben Runden, die man sonst so überall auf Twitch und auf YouTube und sonst irgendwie hören kann, sondern richtig schön produziertes Rollen-Hörspiel, dann guckt da mal vorbei bei die Hörspieler. Yes. Oder hört vorbei bei den Hörspieler. Das ist ein Podcast vorbei. Oder habt ihr auch ein bildliches Format noch irgendwo rumfliegen? Ja, neuerdings streamen wir auch. Also es ist tatsächlich auf dem Twitch-Kanal von Ulysses Spiele. Und da sind wir jetzt gerade mit Kaiser der Diebe unterwegs, haben wir jetzt dreimal schon gemacht. Nächste Woche ist das Finale. Und wie es dann weitergeht, ist jetzt gerade noch nicht ganz klar. Wir werden wahrscheinlich eine kleine Pause machen, aber es wird dann weitergehen. Und alle 14 Tage sind wir dann auf Twitch zu sehen, immer mittwochs abends ab 19 Uhr und werden das streamen. Und auch als Patreon kriegt man, glaube ich, auch so ein paar noch weitere Einblicke, die man sonst nicht hat von Fotos, Bildern, irgendwelchen Maps von unseren Abenteuern, die wir spielen. Die laden wir dann eigentlich immer ganz gerne bei Patreon auch hoch. Und da freuen sich dann unsere Patreons drüber. Alle Links zu den Hörspielern findet ihr natürlich immer wie immer in den Beschreibungen des Podcasts. Und ja, wir steigen einfach mal ein, wenn wir hier so Schauspieler schon zu Besuch haben. Ich kenne mich so mit Schauspiel so semi gut aus. Ich habe so ein paar auf der Uni, habe ich ein paar Kurse belegt, die von Schauspielern gehalten wurden. Ich habe Theologie studiert und man muss dann, wenn man Ausdruck und Reden vorhält und sowas, dann kommen dann immer Schauspieler und bringen einem irgendwelche Atemtechniken bei, die man nach zwei Stunden wieder vergessen hat. Ja, und ich würde ganz gerne, weil das ganz oft, finde ich, kommt, wenn Neulinge ins Rollenspiel stoßen und man mit denen in Kontakt kommt und die das zum Beispiel bei mir auf dem Kanal sehen oder so, wie man da agiert. Dann sagen die mal, ich könnte das nie so irgendwie die Rollen verkörpern und es ist ja schon fast Schauspielerei und so. Muss man das denn irgendwie richtig gut können und so? Vielleicht starten wir dann mal mit der Frage irgendwie rein. Ist denn für euch Rollenspiel etwas, was auch mit eurer Profession wirklich was stark zu tun hat oder ist das eher was, was euch so nebenbei hilft? Willst du da anfangen? Soll ich anfangen? Schreibe du mal an. Also, ich finde, mir hilft das total, dass ich Schauspieler bin, mich in die Figuren hinein zu versetzen, dadurch, dass ich das tue, die gut vorbereitet habe, also eine gute Background-Story habe, mir überlegt habe, was für eine Art und Weise hat mein Charakter. Dadurch kann ich richtig gut in dem Charakter improvisieren, weil da sind wir jetzt wieder auch schon beim Thema Improvisationstheater. Man spielt ja die Rollen, ohne dass es gescriptet ist. Also, das ist ja irgendwo ein bisschen Improvisationstheater. Und dann wiederum, um dann gut zu improvisieren, da hilft mir das total, dass ich diesen Background habe, dass ich so ein Gefühl in mir drin habe für meine Figur. Und dann komme ich viel besser auf die Ideen, was würde man meine Figur jetzt als nächstes machen, als ohne diese Vorbereitung und ohne dieses mich hineinfühlen, hineindenken in die Figur. Braucht man jetzt eine zwingende Schauspielausbildung, um das zu spielen, um Rollenspiel zu spielen? Nein, natürlich nicht. Das ist ja auch für jeden Privat. Und einige machen das mehr, andere sehen ja auch DSA eher sogar so als Würfelspiel und als Kampfspiel an, sage ich mal. Und das ist auch völlig in Ordnung. Jeder soll das so spielen, wie er oder sie daran Spaß hat. Aber wenn man gerne Rollenspiel spielen möchte und sich da ausleben möchte, dann, finde ich, hilft das total. Ja, ich glaube das auch. Also, was wichtig ist, ist immer irgendwie eine Hintergrundgeschichte zu haben. Wo kommt diese Figur her? Welchen Einfluss hat das auf die Figur genommen? Und wenn man das schon ausarbeitet und sich da schon ein bisschen beschäftigt, dann hat man auch ein gewisses Grundgefühl schon dafür, wie kann sich das im Spiel weiterentwickeln. Weil das ist bei mir jedenfalls so, ich mag es nicht, wenn das zu sehr ausgearbeitet ist. Ich möchte da gerne auch Sachen offen lassen, um einfach zu gucken, was passiert in der Verbindung mit anderen Charakteren dann beim Rollenspiel. Wie ist das denn bei MLB-Rookie? Hältst du dich für jemanden, der am Tisch oder im Videocall gerne mal den Schauspieler rausholt beim Rollenspiel? Also, zunächst mal würde ich mich auf keinen Fall irgendwie als Profischauspieler bezeichnen. Ich habe auch keine nicht so richtig theoretische Kenntnisse von Schauspielerei. Aber ich habe schon vielleicht so ein intuitives Gefühl dafür, ich habe vielleicht eine Vorstellung davon, dass das beides eng miteinander verknüpft ist, Schauspielerei und Rollenspiel. Hätte, glaube ich, auch als Co-Moderator, hätte ich vielleicht eine ähnliche Frage gestellt. Oder ich wollte eigentlich mit einer ganz provokanten Frage einsteigen, die auch so ein bisschen in die Richtung geht von Coalys Frage. Die wäre gewesen, sind SchauspielerInnen Profi-RollenspielerInnen? Das habt ihr gerade schon so ein bisschen beantwortet. Also, klar, man braucht jetzt vielleicht keine Schauspielausbildung, um gut Rollen zu spielen. Aber ich denke mal, es schadet vielleicht nicht. Es hilft. Und ich hätte dann von euch gerne gewusst, was bringt man denn so mit? Oder durch euren beruflichen Hintergrund, welche Vorteile bietet das? Also, sind SchauspielerInnen irgendwie zwangsläufig gute Rollenspieler? Oder kann das vielleicht auch ein Spannungsverhältnis irgendwie stellen? Ja, also, sehr schöne Frage, weil ich würde sagen, nein. Nur weil du Schauspieler bist, heißt das nicht, dass du ein guter Rollenspieler bist. Weil zum Rollenspiel, da gibt es doch wieder ganz andere Kriterien. Also, gut, erstmal ist eben die Frage, was ist denn ein guter Rollenspieler? Ja, jeder spielt es anders und ich finde, da eine Bewertung reinzubringen, ist erstmal gar nicht zweckgemäß, weil es soll Spaß machen. Und solange es Spaß macht, bist du gut, finde ich. So, jetzt, und da kommen wir auch schon dazu. Wenn ich jetzt als Schauspieler also da hinkomme, dann geht es darum, gerade bei DSA, wir sind eine Heldentruppe. Wir müssen zusammenhalten. Wenn ich da aber jetzt mein Ego-Programm durchzube, weil ich denke, ich bin ein toller Schauspieler oder ich habe jetzt hier was für eine eloquente und tolle Figur, dann mag das schön sein, aber das hilft dem Rollenspiel und für so einen DSA-Abend überhaupt nicht weiter. So, denke ich erstmal jetzt. Noch was hinzuzufügen? Nee, eben gerade gar nicht. Siehst du auch so? Ja, du weißt. Ja, schön. Darf ich noch eine Frage anschließen, weil Dominik gerade sagte, dass er es auch mag, wenn die Charaktere nicht zu sehr ausgearbeitet sind. Also eine Frage, die ich mir auch gestellt hatte, wenn man als Schauspieler zum Rollenspiel kommt, sucht man sich dann automatisch super anspruchsvolle Rollen aus, in denen man sozusagen seine Fähigkeiten, das, was man mitbringt, ausleben kann. Und da hat mich das ein bisschen hellhörig gemacht, dass du gesagt hast, die Rollen sollten nicht zu sehr ausgearbeitet sein. Fühlst du dich dann vielleicht in so ein Korsett reingedrängt oder hast du es lieber so flexibel, weil es halt starke improvisierte Elemente gibt? Oder wie bist du dazu gekommen zu dem? Ja, ich bin, wenn ich so eine Rolle mir jetzt überlege, die ich spielen will, mich interessiert das selber auch, wo kann das hingehen? Wie kann sich diese Figur entwickeln? Und deswegen mag ich das grundsätzlich nicht, alle Punkte zu sehr festzulegen. Ich fand es gut, was du gesagt hast mit dem intuitiven Ansatz, weil den mag ich sehr gerne. Und auch bei Schauspielern gibt es verschiedene Ansätze, daran zu gehen. Ich würde sagen, ich bin mehr ein intuitiver Schauspieler und es gibt andere, die gehen mehr Technik rein. Und wie gesagt, bei mir, ich mag es, wenn ich nicht genau weiß, wie ist die Figur in jedem einzelnen Punkt, sondern mich selbst auch mal überraschen lasse, was passiert da eigentlich, wenn ich in so eine Situation komme oder in verschiedene Situationen. Was wären denn so Punkte, wo du sagen würdest, das sind schon welche, die ich gerne definiere für meinen Charakter? Also was sind so typische Sachen, die du überlegst, wenn du dir einen Charakter erstellst? Ich nehme unglaublich gerne irgendwelche Nachteile. Und Nachteile nehme ich nicht deswegen, um irgendwie irgendwo einen Bonus zu kriegen, weil ich dann woanders mehr einsetzen kann, wenn wir zum Beispiel auf DSA 5 gehen würden, sondern ich nehme diese Nachteile, weil ich anhand dieser Nachteile den Charakter eine bestimmte Richtung geben kann. Das ist eine Grundrichtung, die er dadurch kriegt, aber wie genau sich die dann äußert, das lasse ich dann gerne ein bisschen frei, um zu gucken, wo geht's hin. Können Vorteile das nicht so gut? Ich finde Nachteile wesentlich interessanter, muss ich sagen, ja. Ich glaube, da sind wir d'accord. Ich finde auch, die geben mehr Story her. Man kann sich auch zum Nachteil dann überlegen, also wenn man einen gewählt hat, wo kommt der her? Was war die Geschichte dahinter? Sagen wir jetzt mal, jemand hat nur ein Auge. Warum hat er nur ein Auge? Wo ist das passiert? Aus welchem Kontext kommt das Ganze? Deswegen, ja. Ich mag es gerne mit Nachteilen, weil ich finde, da hat man ein bisschen mehr zu greifen einfach. Da bietet DSA ja auch sehr viel Anknüpfungspunkte, allein schon durch das Charakterblatt und die Charaktererstellung generell bei, egal eigentlich welcher Edition, wenn ich mich jetzt so überlege, erste, zweite, vielleicht noch nicht so richtig ganz, aber so alles, was so ab Dritte kam, ist ja schon sehr, sehr stark ausdefiniert, irgendwie in Talente verschiedene und dann weiß man halt auch, warum bin ich jetzt in Heilkunde Wunden so stark und eben in Boote bauen oder so. Das ist, finde ich, halt auch immer einen sehr starken Aspekt, was das Rollenspielsystem angeht. Was spielt ihr in euren Runden? Wo sagtest du eben schon DSA 5 oder seid ihr noch festgehangen in DSA 4? Oder DSA 3? Also wir spielen eigentlich für das Streaming und für unseren Podcast, also nur DSA 5. Privat kommen wir von DSA 3. Also da habe ich damals, also schon in der Jugend habe ich DSA 3 gespielt und als wir uns zusammengetan haben, da haben wir auch mit DSA 3 angefangen, weil ich eben alle Bücher noch hatte und die anderen kamen zum Teil DSA auch noch gar nicht, als wir angefangen haben da vor fünf Jahren. Und genau, DSA 3 ist auf jeden Fall auch ein System, was uns sehr am Herzen liegt, ja. Wirkt denn das System wirklich irgendwie so Ansätze fürs Rollenspiel, wie ich das gerade sagte? Was meint ihr? Das 3er oder das 5er, was meinst du? Freie Wahl, also. Beides, also generell, Aventurien bietet Ansätze fürs Rollenspiel und das ist vor allem das, wieso wir überhaupt DSA spielen. Weil es gibt ja auch jetzt andere Konzepte, andere Regelwerke, Dungeons & Dragons und so weiter. Die haben aber nicht so eine kohärente Welt und das ist ja gerade das Schöne an DSA, an Aventurien, da gibt es Gareth und dann wisst ihr alle, Ha, Gareth, Ha, Andergast und so. Und das ist irgendwie das Schöne, finde ich vor allem, dass es ausgearbeitet ist, dass man Bücher findet, wo Sachen drinstehen, wo man ein Gefühl kriegt wiederum für die Orte. Und das bietet, finde ich, ganz viel Potenzial da, sich dann reinzufühlen, seinen Charakter auszuarbeiten und dem dann so eine typische Andergaster-Eigenschaft zu geben, das ist dann irgendwie schön. Da wissen dann die anderen auch, ach, stimmt, Andergast und so. Das ist super. Ist das für, wenn ich da einhange, ist das für euch im Job auch wichtig? Das würde mich interessieren, welchen Stellenwert das hat. Also jetzt nur Vergleichsbeispiel, ihr würdet jetzt Detektiv aus der DDR der 1980er Jahre oder sowas spielen. Ist das für euch wichtig, euch da einzulesen, aus welcher Stadt ist der hergekommen, was war da so los in den 80er Jahren? Ähnlich wie das jetzt für, wenn ihr einen Streuner in Gareth spielen wollt, ist das für euch wichtig, sehr viel zu wissen über Gareth und wie stark hilft euch das oder über Streuner, Banden, was weiß ich, über kriminelle Organisationen in Gareth, hilft euch das dann sehr weiter bei der Einfindung in die Rolle oder ist das eher eine Sache, die vielleicht sekundär oder tertiär irgendwie wichtig ist? Also ich finde persönlich Umgebung unglaublich wichtig. Also ich finde das sehr wichtig, wo das Ganze spielt, weil das ja jeder Ort hat ein anderes Klima und eine andere Stimmung und ja, für mich ist Ort eine unglaublich wichtige Sache, um Rollen zu finden und um zu gucken, wie sich diese Person verhält. Und Recherche generell ist auch auf jeden Fall eine Sache, die für SchauspielerInnen oft wichtig ist. Also auch da möchte ich nicht alle über den Kamm scheren, weil wie Dominik sagte, es gibt verschiedene Ansätze, wie man sich eine Rolle erarbeitet, aber ich kenne das sehr viel, dass wenn ich jetzt so ein, was du sagst, das ist so ein Detektiv aus den 80ern in Berlin spiele, dann finde ich das super, da ganz viel Material zu kriegen. Wie war das damals in Berlin in den 80ern und wie haben Detektive damals gearbeitet? Und was so, dadurch passiert es nämlich, dass ich Dinge tue, die authentisch sind und passen, weil ich so mich da reinfühle, mich so in diese Art und Weise, reinversetze, dass meine Stimme sich automatisch verändert. Also das ist ja gerade auch beim Rollenspiel immer interessant. Verändere ich die Stimme oder versetze ich mich in eine Figur hinein und die Stimme verändert sich automatisch mit, was ich einen Ansatz finde, der viel schöner ist. Und genau das passiert nämlich auch mit dem Körper, sodass mein Körper macht auf einmal eine Handbewegung, wo ich merke, huch, was war das für eine Handbewegung gerade? Aber die war cool, die passt zu dem Detektiv irgendwie, die behalte ich drin, die passt richtig gut. Und mit dieser Offenheit, also Recherche, ja, ganz viel lesen, ganz viel Input, dass man einen Eindruck kriegt und dann wieder loslassen und ausprobieren und gucken, was passiert jetzt mit mir, jetzt wo ich das alles wie so ein Schwamm aufgesogen habe, dieses Wissen, was passiert jetzt, was kommen mir für Bewegungen und für Worte beim Impro-Theater, klar, wenn du Text vorgegeben hast, dann musst du dich an die Worte halten, aber auf einmal sagst du das Wort und merkst so, hui, wie habe ich denn das gerade ausgesprochen? Das wäre cool, das behalte ich so drin. Eine Sache, die wir, glaube ich, in einem oder anderen Podcast das schon angesprochen haben, da würde ich jetzt drauf irgendwie hinaus wollen, Stichwort Regionalbeschreibung bei DSA 5, fühlt ihr euch da gut aufgehoben mit dem, was euch da sozusagen geboten wird an Material, um den Hintergrund eurer Charaktere auszugestalten? Ja, würde ich sagen, also es geht natürlich immer noch mehr und das ist immer schön, wenn eine neue Regionalspielhilfe rauskommt, aber es gibt ja auch noch, es gibt ja auch die alten Hefte, also ich habe das Gefühl, gerade bei DSA, da kriegst du, wenn du willst, Hülle und Fülle, also wo du nichts kriegst, ist, glaube ich, Selem, davon gibt es irgendwie keine Regionalspielhilfe, soweit ich weiß, aber ansonsten, ja, gucken wir immer bei DSA 5 rein und wenn da nichts ist, gucken wir in den älteren Editionen und meistens findet man irgendwo was, was dann dazu führt, dass man ein richtig gutes Bild kriegt. Was mich ja noch interessieren würde, ist so die Abgrenzung zwischen Rollenspielern am Tisch und Schauspielern, wenn sie sich von mir aus auch für eine Impro-Theaterrunde oder sowas irgendwie vorbereiten, treffen. Wo sind da die großen Unterschiede zwischen einem Rollenspieler und einem Schauspieler? Also was, wo gibt es da mehr, wo gibt es weniger? Also bei uns auf jeden Fall, wir lieben es zu diskutieren und es kann sein, dass wir, wenn wir jetzt privat gerade spielen, das Abenteuer, obwohl wir uns das vorgenommen haben, es anzufangen, gar nicht dazu kommen, es anzufangen, weil wir einfach die ganze Zeit in der Kneipe sitzen, irgendwelche Szenen ausdiskutieren, irgendwelche Dramen durchspielen oder Ähnliches und dann leider, oder leider gar nicht, weil das macht ja Spaß, uns nächsten Termin suchen müssen, damit wir endlich mal das Abenteuer anfangen können. Passiert denn, Entschuldigung, dass ich dazwischenhake, passiert denn diese Diskussion IT oder OT? In Time. In Time, ja. Das ist immer gut, ja. Ich bin gerade ein bisschen hellhörig mit Diskussionen, das ist immer so eine Sache. Ja, nee, also Out Time Diskussionen haben wir eigentlich wenige, also die gibt es dann so, das ist ja immer das Schöne, so zwischen den Abenden, da diskutieren wir dann ganz viel und aha, als du das und das gemacht hast und hier, ich wollte eigentlich gerade da das und das tun, aber so okay und Strategien, aber auch das ist eigentlich ja In Time, wenn wir Strategien ausdiskutieren, was wir tun, ja. Also wir versuchen eigentlich, oder was heißt versuchen, ja, wir reden eigentlich über alles In Time. Also nichts, was nicht In Time gesagt worden ist, wird irgendwie gemacht. Alles, was sonst daneben ist, ist halt nicht im Spiel drin. Ich habe eine interessante Sache unter meinen Videos ganz oft kommentiert gefunden und auch für mich selber so einen Entwicklungsprozess durchgemacht. Als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, irgendwie Rollenspiel ins Internet zu tragen, also mein Rollenspiel, so wie ich das spiele, kamen ganz oft so Diskussionen auf In Time sprechen, auf Out Time sprechen und von ich reden, wenn ich über meinen Charakter spreche. Also ich mache das und das und das und das und halt auch mit den, mit den richtigen Namen ansprechen und so weiter, wenn man Spielleiter ist. Inzwischen habe ich aber auch gemerkt, dass das vielleicht auch, weil ich für andere Content produziere und weiß, dass noch jemand zuhört und zusieht, dass ich das anders handhabe inzwischen. Nicht immer und nicht konsistent, aber in bestimmten Szenen halt heißt es dann nicht, ich gehe die Straße entlang, sondern Jezare geht die Straße entlang. Jezare fühlt gerade das und das und das und das. Und ich habe festgestellt, dass das ein strittiges Thema ist in der Rollenspielszene, ob man denn in der dritten Person von seinem eigenen Charakter sprechen darf oder in Anführungsstrichen darf, natürlich darf man das, aber ob das zur Immersion beiträgt oder zum rollenspielerischen Leistung und ob das irgendwie einen Bruch und irgendwas darstellt. Wie würdet ihr das einschätzen als quasi Darstellungsprofis? Also ich würde sagen, erst mal macht das, was euch Spaß macht. Das ist eben mein größtes Credo. Schauspielerisch gesehen finde ich es besser, wenn man eigentlich nur von ich spricht. Aus Immersionsgründen. Wenn ich mich mit mir selbst, also ich muss mich ja die ganze Zeit mit dieser Figur personalisieren, wie heißt das? Identifizieren, danke. Also ich möchte mich ja mit der Figur identifizieren, die ich spiele. Und jedes Mal, wenn ich er sage, trete ich aus der Figur raus und zeige mit dem Finger auf die Figur und sage, er geht darüber. So, das heißt, das heißt, ich verlasse meine Figur letztendlich ein bisschen so bildlich gesehen alleine schon. Deswegen bei uns in der Runde, wir sagen nur ich, außer der Spielleiter natürlich. Wenn der Spielleiter beschreibt, was den Personen passiert und so weiter, sagt er natürlich und als Radolf darüber geht, passiert das und das. Das ist klar, der Spielleiter, bei dem ist das was anderes. Der ist ja auch ein bisschen der Storyteller, der eine andere Aufgabe als die HeldInnen hat. Der ist sowohl in den NPCs, dass er da rein switcht und dann kommt er aber auch raus und hat wieder die Vogelperspektive und erzählt die Geschichte. Die HeldInnen würde ich immer empfehlen, macht es mit ich und vor allem redet ganz viel in direkter Rede, nicht in indirekter Rede. Also ich sage das, das und das, würde ich immer sagen, nee, sag mal, was du sagen willst. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon öfter gehört oder auch selbst schon erfahren. Trägt viel mehr zur Immersion bei. Mhm, genau. Ich kenne von Elmel Biruki so ein paar coole Charaktere, die er verkörpert, wo er immer so einen leichten Stimmen-Twitch hat. Also haben wir eben schon mal ganz kurz angeschnitten, so die Stimme zu verstellen oder halt mit einem gewissen Akzent zu sprechen oder so. Ich habe festgestellt, dass ich das einmal ganz versucht habe, so einen Akzent zu sprechen, durchgehend immer den gleichen für meinen Charakter zu haben und dann zwei Wochen Pause und dann wieder eine runde Session zu sprechen, und dass mir das unglaublich schwerfällt. Und ich das auch nicht durchhalten konnte. Also den gleichen wiederzufinden oder was das stimmt? Den gleichen Sprachduktus wiederzufinden und ja, genau. Und die Stichwörter, die ich mir gemacht habe, reichten nicht aus, weil es veränderte sich dann trotzdem irgendwie. Und dann irgendwann habe ich es dann sein lassen. Wobei ich das als Spieler viel schwieriger finde als als Spielleiter, weil Spielleiter hat man meistens ja nur so kurze Episoden, die man mit seinen NPCs verkörpert. Da geht das vielleicht fix, aber wenn man als Spieler halt über Jahre hinweg immer den gleichen Charakter verkörpern muss, der dann eine Spracheigenschaft hat, dann finde ich das herausfordernd. Also der MLB-Rookie hat das ganz cool hingekriegt mit seinem Magier bei Mischka, wenn ihr das kennt, finde ich. Aber vielleicht habt ihr da ein paar Tipps für Leute, die irgendwie sagen, so Sprachen verstellen und Akzent sprechen, irgendwie das ist irgendwie, das finde ich so schwierig oder so. Und wie kriege ich das hin? Akzent sprechen, muss ich sagen, finde ich selber auch schwierig, das wiederzufinden. Ja, ich habe auch schon einige ausprobiert, wo ich dran gescheitert bin, aber ich bin eh nicht. Ja, dann einer Elf, wo du immer die Buchstaben vertauscht. Ja, genau, wo ich die Buchstaben immer vertauscht habe. Das konnte ich irgendwann auch nicht mehr durchhalten, weil da mit einem Knoten in der Zunge war. Ich glaube, das kommt einfach darauf an, ob einem dieser Akzent oder Dialekt gerade liegt, ob man das gut durchhalten kann. Wenn ich jetzt einen Hamburgerischen machen würde, wäre das kein Problem, da kann ich die ganze Zeit wieder reingehen und würde das auch jedes Mal die ganze Zeit so sprechen können. Ich glaube, das geht da wirklich ein bisschen drum, was liegt einem da? Und was merkt man selber, was kann man gut durchhalten? Einfach auch von der Überlegung her, dass es nicht zu kompliziert wird für einen selber. Und als Tipp, wenn man das gerne machen möchte und es Schwierigkeiten bereitet, überlegt mal in eurem Umfeld, wer vielleicht so ähnlich spricht wie das, was ihr euch da vorstellt. Also vielleicht habt ihr jemanden, der immer so das R rollt oder was auch immer, wenn er spricht, dann kommt immer das R so bei einigen Worten mit raus. Wenn ihr so jemanden habt quasi, dann stellt euch diese Person vor und nehmt die als Vorbild für eure Figur. Das muss keiner von den SpielerInnen wissen, das muss auch sonst keiner wissen, dass ihr diese Person jetzt benutzt habt. Aber für euch als Bild bringt das ganz viel, weil ihr diese Person, müsstet ihr den Namen der Person aufschreiben, dann wisst ihr wieder, wer gemeint ist. Und dann kommt ihr auch schnell wieder da rein und habt wieder schnell die Erinnerung an das. Wie hört ihr sich an? Wie macht ihr das? Das geht ziemlich gut mit Personen. Können auch irgendwelche Prominente sein oder sowas, die ihr gut kennt, von denen ihr schon viel gehört habt, die ihr also dann imitieren könnt. Und auch, was auch tatsächlich geht, wobei das schon ein Schritt weiter weg ist, also gerade für das Akzente nachmachen, ist es, glaube ich, gut mit bekannten Leuten von einem Privat oder Prominenten zu arbeiten. Man kann auch Tiere sehr gut imitieren. Dass ich quasi ein Tier als Vorbild für eine Figur nehme, die ich spiele. Und dann ist es, man spielt dann natürlich keine Katze, sondern man spielt dann einen Menschen, der einen so ein bisschen an eine Katze erinnert, wenn man es weiß. Also ich sage immer gerne, ein Mensch, der die Seele einer Katze hat sozusagen. Und dann spiele ich natürlich nicht, dass ich mir irgendwie die Hand abschlecke. Aber natürlich bin ich dann vielleicht so ein bisschen so, hallo. Und habe so dieses Edle, dass ich mit meinem Hals auch irgendwie was mache und dann manchmal auch ganz geschmeidig bin. Und dann aber auch wieder gar nicht. Keine Ahnung. Auf diese Art und Weise habe ich dann das Tier vor Augen. Und dieses Tier vor Augen zu haben, dass das, auch wenn man dann in einem Monat wieder spielt, dann muss man sich eben nur an das Tier erinnern, welches man verkörpert hat. Und auch da am besten je konkreter, umso besser. Also wenn ihr zu Hause eine Katze habt, dann nehmt halt die Katze. Und dann wisst ihr ja nämlich noch, was für eine Katze ihr euch vor einem Monat überlegt hattet. Genau. So das wären so ein paar Tipps, wenn man nicht Schauspieler ist, wie man da leicht rangeführt werden kann, wie man da sich ein bisschen ausprobieren kann. Findest du dich da wieder, MLB? Ich hätte die Frage, das hatte ich auch auf meiner Liste, ich hätte auch gerne gewusst, was so für euch vielleicht die Nummer eins, die beiden besten Tipps sind, um sich in so eine Rolle reinzufinden. Vielleicht auch, ich weiß nicht, Hemmungen irgendwie zu überwinden. Jemand anderen zu spielen als man selbst. Ich glaube, gerade wenn man einsteigt beim Rollenspiel, hat man ja oft die Tendenz, einen Charakter zu spielen, der irgendwie so ähnlich ist, wie man selbst. Ja, also ich zeichne euch jetzt einfach als Profis. Die Frage an die Profis, was ist so der wichtigste Tipp, den ihr vielleicht auch mitbekommen habt in eurer Ausbildung? So eine Faustregel oder so, die man einhalten sollte. Also aussetzt die erste Person oder dritte Person, singular. So was soll ich anfangen? Ich kann anfangen, aber ich weiß nicht, ob wir in die gleiche Richtung gehen. Also ich würde sagen, ich würde sagen, such dir auf jeden Fall eine Figur aus, die möglichst weit weg von dir selber ist. Eine, die genau das verkörpert, was du selber gar nicht bist. Bist du jemand, der zurückhaltend ist, such dir jemanden aus, der genau das Gegenteil ist. Einfach damit du dich schon vor dieser Herausforderung gleich stellst. Ja, genau. Und ich würde sagen, mach was, womit du dich wohlfühlst, was halt oftmals das ist, was dir nahe liegt. Also es ist dann schön, dass auch wir beide da schon sehr unterschiedliche Wege haben. Nee, also es kommt darauf an. Wenn man sich traut, würde ich sagen, mach das ruhig, so was, was Dominik gesagt hat. Probier was aus, spring mal ins kalte Wasser und spiel mal eine Figur, wo du sagst, die ist aber echt weit weg von mir und dann scheiter heiter. Weil wenn du die dann spielst und du merkst, die überfordert mich schon ganz schön, bleib in einem positiven Mut. Du musst ja nicht gut sein in dem, was du spielst, sondern probier dich aus. Was würde diese Figur jetzt machen? Und dann kannst du danach reflektieren, okay, das war eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Wenn man sich nicht traut, dann finde ich, mach das nicht, weil dann hast du den ganzen Abend was, wo du quasi deine Komfortzone verlässt und ich sag mal, ich finde es immer gut, wenn man was Neues lernen will, einmal aus der Komfortzone raus in die Lernzone zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ja diese Zone-Komfortzone, da kommt die Lernzone und da kommt die Gefahrenzone. In die Gefahrenzone wollen wir eh nicht, weil da geht es darum, überleben wir oder überleben wir nicht. In die Lernzone, da kann man gerne mal reingehen, aber auch da, wenn ihr den ganzen Abend da, und das strengt euch so an, macht doch erst mal was, was euch vielleicht ein bisschen näher ist. Wenn ihr nicht so viel redet, dann spielt doch erst mal irgendwie so einen Jäger, der vielleicht auch eh nicht so viel reden würde und versucht euch aber mal dann zu gucken, welchen Aspekt von mir, von meinem Charakter füllt dieser Jäger aus, weil jeder von uns kennt das von zu Hause, von sich selbst. Wenn ich zu Hause bin, bin ich anders, als wenn ich auf der Arbeit bin. Und bin ich vielleicht auch noch mal anders, als wenn ich mich mit meinem besten Freund treffe, bin ich noch mal anders, als wenn ich mich mit meiner Frau oder sowas treffe. Wir haben ja eh unterschiedliche Seiten, die wir bei unterschiedlichen Gelegenheiten Menschen zeigen und dass man das so sieht, wenn man da Berührungsängste hat, dass man gar nicht sagt so, oh, ich bin jetzt Schauspieler und ich mache jetzt hier mal Huhu, Kunst und so weiter. Nee, was für eine Seite an mir ist es, die ich jetzt einfach mal groß machen kann und die ich einfach mal beleuchten lasse. So, und auf diese Art und Weise kann man da vielleicht die ersten Hürden wegnehmen und einfach mal sagen so, okay, der ist sehr naturverbunden. Ich bin auch gern in der Natur. Ich überlege jetzt einfach mal, wie wäre ich denn, wenn ich quasi nur in der Natur wäre und kaum irgendwie Menschen sehen würde. Oh, spannend. Wie würde ich dann mit anderen Leuten sprechen und sowas? Und dass man versucht, diese Art und Weise, diese Begeisterung für die Natur dann da reinzulegen und dem dann Fokus zu geben. So, das wäre mein Tipp, wenn ihr eher schüchtern seid oder eher euch sagt, oh, nee, Schauspiel ist überhaupt nicht so mein Ding, macht keine große Kunst. Guckt eher eine Seite an euch, die ihr mal beleuchten könnt. Also, persönliche Erfahrungen nur aus meiner Perspektive. Also, ich hatte und habe immer noch wahnsinnigen Respekt davor, zum Beispiel in DSA Elfen zu spielen. Ich habe das früher mal probiert in meiner Jugend, bin dann nach meiner eigenen Ansicht, als ich dann das, DSA 3 oder DSA 4 Elfen-Quellenbuch recht intensiv studiert habe, aus meiner eigenen Perspektive gnadenlos gescheitert. Und ich finde, es gibt Rollen bei DSA oder auch, die sind so geschildert, als für mich so fremd oder das, was ich so kenne, so fremd, dass ich mich da gar nicht rantrauen würde. Ich würde, glaube ich, ich würde es auch nie, ich glaube, ich werde in meinem ganzen DSA leben, nie mehr irgendwie einen Elfen- Da muss dir Chrissy mal einen Workshop geben, einen Elfen-Workshop. Die spielt ja nur Elfen. Ja, deswegen kann kein anderer Elfen spielen. Ja, stimmt. Und auf der anderen Seite, das war ein Punkt, den du, Jan-Henrik, gerade gesagt hattest, ich meine auch, dass ich am besten die Charaktere verkörpern kann, die mir am ehrlichsten sind. Also ich fühle mich am wohlsten, also ich kann mich jetzt hier outen, ich habe keine Angst auf Shitstorm. Ich spiele am liebsten die freakigen Nerds, die können auch gerne ein bisschen gebildet, gebildet bis soziopathisch sein. Die kann ich einfach irgendwie, so die Elfenbein-Turm-Helden, die kann ich irgendwie am besten spielen. Aber ich würde mich schon gerne so raustrauen aus diesem Metier. Also ich glaube, man hat schon, ich würde euch fragen, hat man nicht schon so einen gewissen Typ, mit dem man einsteigen kann, den man vielleicht am besten irgendwie verkörpern kann? Sicher, jeder bringt ja andere Anlagen mit, das heißt, jeder wird eine Nische haben, wo man sich besonders wohl fühlen wird. Also wie gesagt, Chrissy mit ihrer Elfe, das war von Anfang an, als sie angefangen hat, hatte sie noch keine Ahnung von DSA und ich war der Spieler, ich habe gesagt, mach mal eine Jägerin erstmal, die kann dann auch schon Pfeil und Bogen und da dachte ich, dann kann sie nämlich als nächstes Mal die Elfe ausprobieren, wenn sie schon mal so einen naturverbundenen Charakter gespielt hat. Aber das war von Anfang an ihr Ding und das liebt sie total und genau, also ja, jeder bringt was anderes mit, jeder hat andere Sachen, die man von Natur aus bestimmt gut kann und warum nicht? Mein Gott, wenn ihr das gut spielen könnt und es macht euch Spaß, spielt genau das, finde ich. Man muss ja nicht unbedingt immer genau was richtig Krasses, anderes als man selber ist, spielen, sondern man kann ja auch mal was, was einem nahe ist, spielen. Finde ich total legitim. Und dann, wenn man Lust hat und sagt auch, irgendwie, ich habe jetzt so oft so eine ehrliche Richtung, und wenn einem das selber so auffällt, dann ist halt das, was Dominik gesagt hat, finde ich. Dann kann man mal sagen, komm, ich habe sonst immer irgendwie so eher Gebildete gespielt. Ich habe jetzt mal Bock, jemanden zu spielen, der nicht so gebildet ist und die einfach in die Fresse haut. So, dann spielt man mal sowas und guckt mal, wie es einem damit geht. Ja, wir könnten bei der Elfen-Thematik eigentlich auch nochmal eine Folge irgendwie aufnehmen, Elfen-Aventurien ist eine ganz spezielle Sache. Da gibt es ja jetzt auch mit DSA 5 jetzt auch wieder eine Elfen-Kampagne und ja, eigentlich auch sehr, sehr viele verschiedene Arten von Elfen, die man spielen kann, die einen entsprechen dem elfischen Klischee aus Tolkien irgendwie eher als irgendwas anderes. Also, ich finde, Elfen sind aus meiner Perspektive eine krasse schauspielerische, also, so habe ich es zumindest irgendwie so, das ist meine Vorstellung, eine krasse schauspielerische Herausforderung. Ich weiß, dass es in DSA 5 jetzt wieder so ein bisschen abgeschwächt wurde, aber in DSA, ich weiß nicht, 3 oder 4 waren die so ja, als fremd geschildert. Ich habe mir, also, ich weiß nicht, ich habe mit Faszination diese, diese, wie heißen die, nicht die Vorlesetexte, diese, diese Ingame-Zitate von Elfen oder über Elfen mir durchgelesen und ich wusste einfach, ich kann dann, ich komme dann niemals rein in diesen, in diesen, in diesen Mindset. Ich werde niemals, ich werde niemals in meinem Leben Elfen spielen können. Vermutlich, wie ich niemals in meinem Leben irgendwie einen naturverbundenen nordamerikanischen Native oder so spielen können werde. So, deswegen, aber irgendwie, die Herausforderung kitzelt mich schon so ein bisschen. Das klingt für mich jetzt auch gerade nach einer schönen weiteren Frage, irgendwie, wie das ist, nämlich ist mit dem Verkörpern von Klischees und Erwartungshaltungen, die man am Tisch oder halt, wenn wir unsere Rollenspielrunden nach außen ins Internet tragen, der Zuhörer oder Zuschauerschaft. Also gerade, wenn man DSA-Elfen hat, MLB Rookie ja schon gut gewählt, das Beispiel, der aberturische Elf hat halt auch bestimmte Erwartungshaltungen, irgendwie, die am Tisch und an der Zuhörerschaft sind. Ich habe vor kurzem halt auch einen Elf, einen Wald-Elfen sogar gespielt und dann hat jemand kommentiert unter das Video, ach so muss man Elfen spielen und ich dachte mir, nein, nein, das ist meine Art, eine Elfe zu spielen und ich glaube, genauso, irgendwie, wie ist das mit, ja, mit diesen Klischees, die, die da herumgeistern und die halt auch irgendwo bedient werden wollen? Ich würde sagen, erstmal keine Angst vor Klischees haben. Also, weil Klischees kommen ja irgendwo her, die, das Schubladendenken ist irgendwie ein menschliches Denken, da muss man halt sehr achtsam sein. Gerade, wenn es darum geht, jetzt, dass wir einen Stream machen oder dass wir, dass wir das veröffentlichen, da, finde ich, haben wir eine Verantwortung für die ZuhörerInnen zu schauen, wie gehe ich jetzt mit, mit Klischees um und so weiter. Und da, und da, möchte ich natürlich auch Aussagen treffen, von hinter denen ich stehe, wo ich am Ende denke, guck mal, die haben der Gesellschaft was gebracht, unsere ZuhörerInnen sind da rausgegangen und haben vielleicht was gelernt und, und, na, wenn es dann darum geht, was auch immer, Rassismus, alle, so mehr oder weniger alle sind gleich, finde ich, das sind schöne Aussagen und das kann DSA durchaus auch. So, wie kriegt man jetzt diese Aussagen aber hin? Und da finde ich, es darf natürlich in einer, bei DSA passieren, dass Rassismus passiert. Aus dem einfachen Grund heraus, dass die Zuhörer dann mitkriegen, dass es scheiße ist. Und wenn sie das mitkriegen, dass Rassismus scheiße ist, dann, finde ich, haben wir einen guten Job gemacht als StorytellerInnen, da so eine Geschichte zu erzählen. Das heißt, theoretisch würde ich nicht sagen, bloß kein Rassismus spielen, weil der Rassismus ist blöd und ich möchte, ich möchte nicht, dass wir damit irgendwas zu tun haben. Ich finde sogar, das ist unsere Aufgabe, also auch gerade ich als Schauspieler sehe mich da so ein bisschen in der Verantwortung. Ich möchte durch meine Arbeit in der Gesellschaft ja, zu Katharsis führen, dazu führen, dass die Leute auf Gedanken kommen, auf die sie sonst vielleicht nicht kommen, wenn sie nicht das Stück, in dem ich Mitspiele, sich angeguckt hätten oder auch bei uns RollenspielerInnen den Podcast, den Stream und so weiter. Und ich finde, wenn wir das Thema also gar nicht erst aufgreifen, weil wir denken, naja, dann haben wir damit was zu tun, finde ich, drücken wir uns ein bisschen vor dieser Verantwortung. Also ich finde es super, wenn das passiert. Natürlich möchte ich aber nicht, dass am Ende die Leute sagen, ah, Rassismus ist cool. Das möchte ich natürlich nicht, dass so eine Aussage durch eine meiner Folgen, in denen ich mitspiele, existieren. Und das ist manchmal heikel, weil wir kennen das selber, da kommt irgendwie so ein Witz und dann lacht man drüber und dann merkt man, ah, ist eigentlich nicht in Ordnung, dass man da gerade drüber gelacht hat. Gut, wenn einem das auffällt, ist wieder gut, weil dann hat man dieses Lachen, was im Halse stecken bleibt. Oh, ich bin da ganz schön abgedriftet, glaube ich. Also, alles gut. Klischees, Klischees würde ich sagen, erst mal keine Angst davor haben, ein Klischee zu spielen, sondern dann damit umzugehen und zu zeigen, da leidet jemand darunter, dass vielleicht die Gesellschaft ihn so behandelt, dass alle die Elfe, oder Halbelfen sind ja super, ich liebe Halbelfen, weil die sind ja von allen verachtet irgendwie. Die Elfen finden sie blöd, weil sie sind ja keine echten Elfen, weg mit euch hier. Die Menschen finden sie blöd. Ja, genau, die Menschen finden sie blöd, weil sie sagen, geh doch zu den Elfen, was willst du bei uns hier? Klaust du mir hier noch irgendwie Sachen und sagst, Traloper Vertrag und so? Nein. Und, und, und das finde ich super schön, das zu zeigen und dann zu gucken, wie geht der Halbelf damit um? Wie findet er sich in dieser rauen Welt zurecht? Und so weiter. Und das, das ist ja ein Klischee, Halbelfen, also das ist ja jetzt wirklich gerade das Klischee eines Halbelfen, aber finde ich super schön, damit zu spielen und das den Leuten zu zeigen. Ja, guck mal, und so fühlt sich dann dieser sympathische Halbelf, der von allen irgendwie ausgestoßen wird. Finde ich super schön als Storytelling. Ja, ist auf jeden Fall ein super, super Ansatz. Mir ist gerade noch so eine Idee gekommen, die sich verbinden lässt mit Dominiks Aussage eben. Dominik, du hast ja gesagt, wählt ruhig mal einen Charakter, der möglichst weit von euch weg ist. Und, und dann kamen wir jetzt ja gerade schon mit dem Rassismus-Ding. Ich habe so etwas Ähnliches mal versucht, in der Rollenspielrunde habe ich versucht, jemanden, einen religiösen Fanatiker zu spielen, also einen ganz waschechten Novadi, und zwar im Mittelreich, ja, quasi auf Missionstour oder mehr oder weniger, mehr oder weniger und ganz fernab von den 99 Geburten, wo es irgendwie, ne, und ich habe versucht, ich habe mir die halt auch irgendwie alle, also gibt es ja nicht alle irgendwie als Sammlung, es gibt ja so Annäherungssammlungen und ich habe mir die alle irgendwie aufgelistet und habe dann irgendwie versucht, das irgendwie zu spielen und religiöser Fanatiker, also ich habe gelernt aus dieser Erfahrung und das, da würde ich halt den Dominik dann auch unterstützen, sucht, sucht euch ruhig mal sowas aus, was irgendwie ganz weit weg ist, also religiöser Fanatiker, würde ich sagen, ist weit weg von mir und ich habe es ausprobiert im Rollenspiel, wie das ist, wenn man jemanden verkörpern muss, der so drauf ist, ist, dass er, wenn mein Pferd beleidigt wird, töte ich den Menschen und ja, solche, wenn man sowas ausprobieren muss und sich dann richtig selber auch unwohl dabei fühlt, dann man grenzt, also man definiert für sich ja auch neue Grenzen und er macht Dinge erlebbar oder ja, tastet sich da heran, also wie gehst du denn, Dominik, wenn du da irgendwie sagst, du grenzt das immer weiter ab jetzt irgendwie so mit, du erweiterst deine Grenzen dadurch, dass du immer das Gegenteil von dem, von etwas spielst, was du, oder spielen möchtest, was du, was du gerne magst oder was du selber bist, wie tastest du dich denn da heran irgendwie an solche Charaktere, die dir selber ja nichts zu tun haben? Oh, das ist ja wirklich nicht so einfach zu beantworten, eine Frage, wie taste ich mich da ran? Da muss ja irgendwie einen Ansatz geben, also man weiß ja, dass man, dass man jetzt etwas verkörpert, was einem nicht liegt, das hat man ja auf dem Papier schon und man hat das gelesen, irgendwie Novadis sind so und so drauf, was sind das für Arschlöcher so, so und jetzt spiele ich das mal und ja, wie, also ich habe da immer noch zwiegespaltene Ansätze, irgendwie, ich bin mal gespannt. Ich meine, sehr viele Sachen, die ich spiele, sind sehr entfernt von mir, weil ich eigentlich sehr ruhig sonst bin und wie geht man da ran? Also für mich ist es immer so, ich werde aus meinem normalen, wie ich mich sonst verhalte, einfach, ich schieße mich da einfach so raus in den Moment. Deswegen finde ich es schwer zu erklären, wie man da, da vorgeht. Puhi, das ist für mich eine sehr schwierige Frage, merke ich gerade. Das ist eine gute Frage. Eine verdammt gute Frage, die mich gerade ziemlich in den Wanken bringt. Aber was ich jetzt rausgehört, auf jeden Fall mit Selbstbewusstsein, erstmal einfach Hauptsache raus. Ja, also für mich ist das halt so, ich bin eigentlich sehr zurückhaltend und das bringt mich dazu, wenn ich mir sowas vornehme, dass ich einmal da mich komplett mal hinten anstelle und einfach mal nach vorne hauen muss, damit ich überhaupt in diese Richtung irgendwie komme. Und ich glaube, das ist vielleicht schon der Ansatz. Natürlich hat man ja vorher schon das Wissen, wie verhält sich diese Person und wenn ich dann wirklich mal richtig nach vorne dränge, ich glaube, das ist es einfach. Viel mehr kann ich da gar nicht sagen. Ich meine, ich habe jetzt auch in einem Theaterstück eine Frau gespielt, die auch ein bisschen, wo wir gerade bei Rassismus waren, über ihre Putzfrau die ganze Zeit, ja, sie ist ja Türkin und so weiter. Das ist auch so, überhaupt nicht meins. Und das ist sowas, da stelle ich mich einfach hin und ich muss mich da einfach reinwagen und muss jetzt mal aus meinem eigenen, wie ich mich wohlfühle, komplett raus. Und ich glaube, das ist es einfach. Viel mehr kann ich da gar nicht sagen. Bringt mich irgendwie, wenn du noch Fragen hast, MLB melde dich ruhig zwischendurch. Ich habe direkt jetzt schon ein Anschluss. Ja, ja, ich habe jetzt auch die eine oder andere Frage. Ich habe direkt noch was Neues, also du hast ja gerade, ich habe eine Frau gespielt. Das ist auch ein sehr interessantes Ding. Also Cross-Gendern in Rollenspielrunden, also ich habe, am Anfang habe ich gesagt, niemals, mach das bloß nicht in meinen Runden, weil ich schlechte Erfahrungen hatte, gemacht hatte. Mittlerweile bin ich damit völlig d'accord und sollen die Leute machen, gerne, weil ich ja auch irgendwie inzwischen positive Erlebnisse damit hatte. Das ist ja jetzt auch eins der extremsten Sachen, die man machen kann, weil man wird sich halt als Mann niemals in eine Frau hundertprozentig hineinversetzen können. Man wird nicht erleben, wie es ist, wenn man schwanger ist. Also das wäre ja genau so ein Ding jetzt. Also in Informationen muss man, glaube ich, das ist was ihr am Anfang sagt, mit Recherche. Bei einer Frau spielen, also das war jetzt nicht ein Rollenspiel, sondern das war auf der Bühne. Da finde ich, ist es ein bisschen, also Jan Hendrik meinte ja vorhin, traut euch gerne bei Klischees und da würde ich komplett davon abraten. Klischees, die man, also jeder hat irgendwie von Vorstellungen, so ist eine Frau, so ist das, da würde ich in dem Fall komplett von abraten, weil da wirst du nie richtig treffen und es wird immer komisch aussehen für jede Frau, die das sieht. Da würde ich eher sagen, guck bei dir selber, wo sind meine weiblichen Anteile und such dir diese weiblichen Anteile und versuch die weiter in den Vordergrund zu stellen. Und dann ergibt sich das eigentlich schon ziemlich von selbst. Also wo kann ich, es geht um einfache Sachen, vielleicht einfach Bewegung, nicht jede Frau ist jetzt ein bisschen, ist weicher als ein Mann, aber kann man mit anfangen. Mal gucken, wie sind meine Bewegungen auch ein bisschen weicher. Ich finde immer gut, was Jan Hendrik vorhin auch gesagt hat, den Körper mit reinzunehmen an so eine Sache. Und wie gesagt, bei Frauen spielen als Mann vergesst Klischees, du wirst immer, immer scheitern. Das ist ein super Hinweis, finde ich, ja. Also ich habe noch eine Sache, ich weiß nicht, wir sind mit der Zeit schon fortgeschritten, aber ich habe einen Aspekt, der aus meiner Perspektive noch so ein bisschen der Elephant in the room ist, wie man auf Englisch so schön sagt. Eine Sache, die für mich zumindest und ich glaube für andere, für viele andere in den letzten Jahren dieses Thema Schauspiel und Rollenspiel so richtig auf die Agenda gesetzt hat, ist das Thema Critical Role. Ich weiß nicht, wer es kennt, eine sehr, sehr erfolgreiche D&D-Kampagne, glaube ich, in Kalifornien oder von Voice Actern in Kalifornien, glaube ich, gespielt. Ich hoffe, ich glaube, ich habe das richtig verortet. Also, ich weiß nicht genau, wo der Unterschied zwischen Voice Actor und Schauspieler ist, kann man vielleicht auch mal darauf eingehen. Also, ich denke mal, bei Voice Actern verkörpert man vor allen Dingen, man muss mal sozusagen nicht selber auf der Bühne stehen, nicht selber agieren mit dem Körper. Aber also meine Frage an euch, wie ist, habt ihr ein ähnliches Gefühl? Ja, ist das, habt ihr das Gefühl, dass das plötzlich ein riesiges Thema ist in der Rollenspiel-Community? Weil, so nehme ich es zumindest wahr, alle Welt guckt Critical Role, orientiert sich da dran, findet das super gut, will das irgendwie nachempfinden und ich glaube, man hat so eine gewisse Vorstellung von dem, von so Rollenspiel-Profis oder eine Idealvorstellung und da sind eben die Charaktere oder die Helden und auch der Schauspieler, ja, sozusagen, ausgebildete, ausgebildete Voice Actors oder Hörspieler vielleicht auf Deutsch. Ja, hat sich für euch eure DSA-Welt oder eure Rollenspiel-Welt auch so ein bisschen damit verändert, mit Critical Role oder das Verhältnis zwischen Job und Freizeithobby irgendwie? Ich ergänze mal ganz kurz, ich jumpe noch mal ganz kurz dazwischen, ich ergänze die Frage kurz mal, weil da steckt für mich noch der Aspekt drin, also dem wir ja jetzt hier, alle, die wir jetzt hier in diesem Podcast zusammen sind, wir sind ja Entertainer auch mit, weil wir unsere Runden irgendwie an Hörerinnen und ZuschauerInnen weitergeben. das hat Einfluss auf das, wie man spielt und wie man Story-Elemente benutzt, glaube ich. Das heißt, Critical Role wird Rollenspiel anders betreiben als die Tischrunde, die niemals irgendjemand sieht oder hört. Definitiv, ja. Deswegen, also diesen Aspekt wollte ich noch mal mit rein schmuggeln, bevor ihr antwortet. Okay, ich habe das Gefühl, das waren sehr viele Fragen. Könnt ihr noch mal, ich frage einmal kurz spezifisch sagen? Habt ihr, also ich glaube, also wir reden ja, nach meiner Vorstellung ein bisschen auch allgemein theoretisch über das Verhältnis zwischen Schauspiel und Rollenspiel und ich meine, dass das ein super aktuelles, relevantes Thema gerade ist wegen Critical Role. Habt ihr, wie sind eure Kontakte mit Critical Role, habt ihr das gesehen? Habt ihr das irgendwie aufgesogen? Spielt das für euch eine Rolle und hat das aus eurer Perspektive auch plötzlich euren Job oder euren beruflichen Hintergrund relevant gemacht im Hobby? Okay, willst du zuerst, soll ich zuerst? Also ich kann ganz klar sagen, als wir mit die Hörspiele angefangen haben, habe ich Critical Role doch nicht gesehen. Von daher hat das für mich keinen Einfluss darauf gehabt, wie wir jetzt unser Projekt quasi gestaltet haben. Kann ich mich anschließen, geht mir auch so. Obwohl doch, ich kannte den Namen schon und habe auch schon mal eine Folge irgendwie gesehen, ich habe es aber nicht wirklich verfolgt bislang. Ich glaube, dass gerade was das Rollenspiel angeht, ist ja in Amerika gerade wirklich im Hype. Das ist ja wirklich groß geworden dort. Und dann gibt es natürlich immer mehr Leute, die dafür Interesse haben und dann wird das auf einmal auch so ein bisschen professionalisiert, so ist mein Eindruck. dass es Critical Role da einfach natürlich dann auch irgendwie so den Zahn der Zeit getroffen hat, dadurch, dass es eben Voice Actor sind, die besonders normal, und das sagtest du ja auch, was ist der Unterschied zum Voice Actor? Ich glaube, der ist, ich bin kein Voice Actor, deswegen ist es dann immer schwierig, das zu sagen, vielleicht haben die da Sachen, wo sie sagen, das ist ganz anders. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es so ein Riesenunterschied ist, aber was ich glaube, ist, dass die eben dadurch, dass sie vor allem ihre Stimme als Werkzeug benutzen, der Körper muss da mitgehen, so ist es nicht, aber das alles dient dazu, dass die Stimme als Produkt im Fokus steht, deswegen sind auch gerade die natürlich für so ein Hörmedium, sage ich mal, wunderbar geeignet, um dann da Critical Role zu spielen. Ich glaube, dass in dem Punkt eigentlich Hendrik ganz gut wäre, weil Hendrik Schauspieler ist und aber auch Synchronsprechen macht. Ja. Deswegen wäre er da, glaube ich, ein guter Ansprechpartner mal. Vielleicht fragen wir ihn mal bei Zeiten. Fragt ihr ihn vielleicht bei Zeiten. Und ansonsten, warte, was war das jetzt gerade? Da war noch die zweite Frage. Achso, ja, bei uns. Nee, uns in unserer Arbeit hat das eigentlich nicht besonders tangiert. Wir spielen schon seit einer Weile zusammen und fanden das immer so unterhaltsam, dass wir dachten, ey, wir müssen eigentlich mal andere Leute daran teilhaben lassen, an dem Spaß, den wir haben. Und so haben wir dann, als Corona war und wir alle wirklich viel Zeit hatten, weil wir alle nicht auf der Bühne stehen konnten, weil alle Theater geschlossen waren, eine Firma gegründet und gesagt, komm, wir machen das jetzt mal. Wir produzieren hier das Schwarze Auge, machen einen Markenlizenzvertrag mit Ulysses Spiele. Sehr wichtig. Viele denken irgendwie, die würden uns sponsern. Das ist nicht der Fall. Wir werden nicht gesponsert von denen. Wir haben einen Markenlizenzvertrag und dürfen einfach nur die Worte von Aventurien und das Schwarze Auge und so benutzen und dürfen die Rechte davon benutzen für unser Produkt. Genau, und haben das dann groß aufgezogen und rausgebracht. Also das hat mit Critical Role selbst gar nicht so viel zu tun, als mit, also ja, wir hatten wahrscheinlich eine ähnliche Idee wie die, aber halt ein bisschen später als die und plus, dass sie einfach schon richtig gut erfolgreich sind und das richtig geil gemacht haben schon bisher. Ich glaube einfach, dass das, was ihr macht, gerade super, also aus meiner Perspektive, super aktuell ist in der Rollenspiel-Community. Also ich meine, jeder erwischt sich, oder ich glaube, viele erwischen sich dabei, Critical Role zu gucken oder andere produzierte, also mit sehr viel Aufwand, produzierte Rollenspiel-Content, der vorbereitet, nachbereitet ist, wo eine ganze Mannschaft von Teens irgendwie im Hintergrund arbeiten. Viele schauen da natürlich zu hoch, ja, und sehen irgendwie Profis, also Schauspiel-Profis, oder die das beruflich irgendwie machen und die sehen, dass sie das sehr gut, dass sie das sehr gut machen und wollen das halt, wollen das auch machen, ja, wollen das, wollen das irgendwie können und wollen wissen, was bringt ein Schauspieler mit, was bringt ein Voice Actor mit oder was bringt ein Hörspieler mit und deswegen, also, ihr seid da, glaube ich, gerade super, super aktuell und ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer vielleicht gehofft haben, dass wir auch dieses Thema, dieses Thema ansprechen und irgendwie was, sich was mitnehmen, was mitnehmen wollen, für ihre eigenen, für eigene Rollenspiel, Rollenspielrunde. Zumal unser Wunsch war auch, es war ja Social Distancing, gerade als wir angefangen haben mit dem Projekt und unser Wunsch war wirklich so, okay, wir können über Zoom spielen und so weiter, aber viele Leute, die sitzen irgendwie alleine zu Hause und müssen gerade vor allem Abstand halten, lass uns was machen, wo die Leute das Gefühl haben, die sitzen mit uns am Tisch, so mit uns als, anstatt ihren Freunden und die sind dabei bei einer Runde DSA und deswegen ist es auch diese Versprecher, ich finde, die machen es authentisch und so hast du auch das Gefühl, ich sitze da neben dem und ich höre einfach zu, wie die spielen und bin quasi mit dabei und erst noch Chips, während die hier spielen und das war so ein Wunsch, den wir hatten, als wir angefangen haben, die Hörspieler zu machen. Wo würdet ihr denn sagen, unterscheiden sich Tischrunde und Rollenspiel, Rollen, Hörspiel, eine Runde, die nach außen dringt oder gibt es überhaupt gar keine Unterschiede, weil ihr sagtest ja eben, unsere Runde hat so viel Spaß gemacht, wir wollen unseren Spaß jetzt transportieren an die anderen, aber das muss ja nicht unbedingt funktionieren, also Spaß, den man in der Runde hat, ist ja manchmal sehr, sehr speziell und ist vielleicht auch überhaupt gar nicht relevant für irgendwen, der zuschaut. Also ich sage mal, was sind die Hauptunterschiede? Erster Unterschied, die Abenteuer müssen kürzer sein, weil im Gegensatz zum Streaming, wo man ja locker zwei, vier, sechs Stunden einfach gucken kann und hören kann, haben wir gesagt, wir wollen gerne was haben, wo man nach einer Stunde, anderthalb Stunden ein abgeschlossenes Werk auch hat, eine Folge, wo man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt da eigentlich aber auch einen halben Tag mir das anhören, um einmal durchzukommen. So, also die Abenteuerlänge ist bei uns wirklich rapide gestutzt und gekürzt. Ja, dann, was wir sonst in unseren privaten Runden haben, diese langen Gespräche, die muss man halt auch gucken, dass es Gespräche sind, die auch dann wirklich zu einem Ziel führen. Das ist, würde ich sagen, anders als bei privaten Runden, da kann es auch so einfach mal Gespräche geben, die bestimmte Beziehungen zwischeneinander klären, die aber vielleicht für so ein Format, was nach draußen geht, nicht so wichtig sind. Natürlich ist eine Entwicklung der Charaktere auch wichtig, aber in einem gewissen Maße, da muss man halt darauf achten, dass das nicht zu viel Raum einnimmt, dass trotzdem das Abenteuer vorangeht. Das Dritte ist, sofort präsent zu sein und sofort abzuliefern. Also in privaten Runden hat man Zeit, da kann man erstmal so reinkommen, so mit der Zeit, während wir bei unseren Hörspielen eigentlich auch den Anspruch haben, sofort ab der ersten Sekunde, die wir sprechen, in Figur zu sein, präsent zu sein und abzuliefern. Und dazu braucht es ein Warm-up. Wir machen also, wir machen ein Warm-up, bevor wir uns vor das Mikrofon setzen. Genau, das wäre das Dritte. Was hast du noch ein? Spontan jetzt gerade nicht, nee. Also rausgehört habe ich, dass es bei euch auch noch diesen, ich nenne es jetzt mal, ich glaube, es ist falsch, aber einen moralischen Anspruch gibt, irgendwie dieses educational Anspruch. Der ist, glaube ich, auch wenn man Tisch spielt, nicht so gegeben, wie wenn ihr andere Leute nach draußen erreichen wollt. Nee, und es hat vor allem auch keine Konsequenz am Tisch, sage ich mal. Dann kann man sich wundern und sagt mal so, huhu, heikel, heikel, was wir da heute gespielt haben. Komm, nächstes Mal nicht. Wenn wir das veröffentlichen, wir hatten das in unserer ersten Staffel, dass jemand uns angeschrieben hatte und da war Nostria-Andergast-Konflikt und dem war das nicht von uns genug ausgearbeitet, dass es eigentlich blöd ist, wie die beiden sich die ganze Zeit behacken. Und das haben wir uns sehr zu Herzen und das haben wir sehr ernst genommen und an die Kritik auch angenommen. Wir waren froh, dass zum Glück nur einer das so empfunden hat, weil das war natürlich überhaupt nicht unsere Absicht, da irgendwie zu zeigen, hier ist doch witzig, wenn man sich gegenseitig fertig macht, so wie die Nostrianer und die Andergaster, sondern wir wollten einfach die DSA-Welt zeigen, so wie sie geschrieben wurde, so wie sie ist und hatten gehofft natürlich auch, dass die Leute sagen, so krasses Pflaster, wo da diese Magier-Schülerin lebt. Aber wie gesagt, einer hat uns angeschrieben und hat gesagt, ey, ich finde es überhaupt nicht witzig, überhaupt nicht gut, was da passiert. Das haben wir uns, wie gesagt, sehr zu Herzen genommen da. Das ist übrigens auch ein großer Vorteil von Runden, die man nach außen trägt, in eine größere Community hinein, dass man eben Feedback bekommt und dass man seine eigene Spielweise nochmal irgendwie hinterfragt oder anders gestalten kann. Nicht muss, aber kann. Und die Inspiration, die wir nach draußen geben, kriegen wir genauso gerne auch zurück durch Kommentare oder durch Feedback. Und das ist ja auch was, was die Schauspielerei, glaube ich, auch sehr, sehr stark macht, ist ja die Reaktion des Publikums. Das hat man ja sonst irgendwie am Tisch, ist von seinen Mitspielern irgendwie eher Reaktion und Schauspieler, also widersprecht mir ruhig, aber der Applaus oder die Reaktion vom Publikum ist schon ein großer Triebfeder, die da kommt. Absolut, ja. Ein Abschluss, oder aus meiner Perspektive vielleicht ein Abschluss, Frage, Stichwort Inspiration. Wo bezieht ihr Inspiration her fürs Rollenspiel oder fürs Schauspiel und was würdet ihr vielleicht empfehlen als Inspirationsquelle? Irgendwie eine gute, ich weiß nicht, gute Rolle in irgendeinem, in einem guten Film oder ich weiß nicht, Buch oder wo kann man so eine Perspektive sich irgendwie was abschauen für Rollenspiele oder Schauspiel? Überall. In der U-Bahn belauscht die Leute, wie sie sich unterhalten und manchmal hast du da Goldperlen, wo du denkst, mein Gott, der oder die ist ja zum Schreien komisch und dann hört man sich das ein bisschen an, was die Person so erzählt, wie die Person so ist und ich habe einen super neuen NPC oder auch einen neuen Spielercharakter sogar. Ich würde sagen, auch überall. Also auch gut, vielleicht auch einfach Leute, die man schon kennt, wo man denkt, der ist wirklich komisch, ein Nachbar oder Sonstiges. Aber eigentlich trifft man überall Inspirationen. Man muss nur offen sein, wirklich. Und was eben gut ist, was ich immer empfehle, gerade wenn man sich ein bisschen unsicher ist, macht was, was ihr gut kennt. wenn man eine Person eben kennt, dann hat man so viele Details, die man da erkennt, die einem da auffallen und einfallen, die man dann ausspielen kann. Das hilft total. Während wenn ich jetzt einen Promi nehme, wo ich nur weiß, keine Ahnung, Paris Hilton, ja, Paris Hilton, die hat immer so Skandale. Nehme ich jetzt als Vorbild für meine Figur, dann weiß ich trotzdem immer noch nicht, wie ich jetzt meine Figur spielen soll. Ich habe jetzt dann vielleicht das Bild von Paris Hilton, aber wie spiele ich die jetzt? Keine Ahnung. Ich müsste mir dann erst noch wieder YouTube-Videos angucken, wie die redet oder sowas. Und dann kann ich auch direkt jemanden nehmen, den ich kenne, wo ich nicht diese Recherche machen muss. Und dann die Gefühlswelt würde ich auch erforschen. Was machen Skandale mit einem? Und warum existieren die überhaupt? Und wie kreiert man die vielleicht sogar? Oder auf welche Weise? Und genau. Und was macht das mit einem? Das ist immer generell eine gute Frage, glaube ich. Was macht das mit einem? Vor allem versucht nicht, versucht den Druck rauszunehmen, dass es gut sein muss. Scheiter heiter hatte ich vorhin schon mal gesagt. Ihr als Spieler sollt Spaß dran haben. Und solange ihr Spaß dran habt, naja, okay, klar, ihr sollt die anderen auch nicht nerven, indem ihr nur irgendwie Scheiße baut. Aber ihr habt Spaß dran. Das ist nichts in der Sache. Aber scheitert heiter, versucht Sachen aus. Und wenn sie nicht funktionieren, nehmt es mit Humor, dass es nicht funktioniert. Und spielt als freudiger Spieler eine verzweifelte Figur, die daran scheitert, die daran verzweifelt, dass sie irgendwie so andersartig ist und das alles nicht hinbekommt, was sie da probiert zu tun. Und das sorgt für legendäre Abende, über die man noch lange spricht in der Zukunft. Das wäre auch mein Punkt gewesen. Ein Scheitern im Rollenspiel birgt immer eine Perspektive. Weil selbst die schlimmste Sache, die man anstellen kann und das schlimmste Fettnäpfchen, in das man reintritt, zieht immer eine weitere Geschichte hinter sich her. Und das ist das Bereichernde, was wir beim Rollenspiel haben, glaube ich. Ja, ein Link auf die Uhr, würde ich aber sagen, eine abschließende letzte Frage nochmal an alle stellen und dann am Ende auch selbst beantworten, hoffentlich. Würdet ihr denn einen Schauspieler oder eine Schauspielerin in Aventurien spielen und wie wäre da so euer erster Charakteransatz? Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, einen Schauspieler zu spielen. Oder ein Schauspiel-ähnlicher Charakter, genau. Jemand, der sich viel verkleidet, ja. Gaukler oder so vielleicht, oder? Gaukler. Weiß nicht, oder vielleicht auch ein Profischauspieler irgendwo im Horasreich, am Horasischen Hof oder irgendwie sowas. Ja, genau. Was könnte denn denn ein Abenteuer ziehen? Das wäre auch noch gut. Ja, was bringt ihn da weg von seiner eigentlichen Arbeit? Also meine erste spontane Idee wäre, einen total arroganten Typ zu spielen, der denkt, er wäre der Größte und der Beste von allen. Schaut her, hier bin ich. Ich bin gekommen, um euch zu beglücken. Und so auf diese Art und Weise würde ich meinen, glaube ich, ansetzen, weil ich da ziemlich viel Spaß dran hätte, weil natürlich, sobald es zum Kampf kommt, ist er natürlich so klein mit Hut, weil das ist jetzt nicht seine Fähigkeit. Aber sobald es dann unter die Adeleute geht, mit dem kann er verkehren, dann sprechen das kann er und mit Leuten kann er auch gut. Und lass mich mal reden, lass mich mal reden. Also. Die Frage ist auch, ob er das dann wirklich gut kann oder ob er nur denkt, dass er das gut kann. Komm, da muss ich dann eine Probe machen. Also trau dich, ruhig ins Klischee reinzugehen, willst du sagen. Das stimmt, das stimmt. Das ist jetzt wieder ein Klischee, was viele so von Schauspielern denken. Aber habe ich ja total Spaß dran, damit rumzuspielen und damit rumzuexperimentieren. Also das wäre so meine Idee. Weißt du, was habt ihr für Ideen? Also ich merke so, dass da ein bisschen Überlegen gerade passiert bei MLB und bei Dominik. Deswegen kreitsche ich mal dazwischen und darf mal meinen Ansatz raus, den ich nicht verkörpert habe, aber schon mal benutzt habe. Nämlich den Schauspieler, der vorgibt, also ein anderer Charakter zu sein. Also nicht wirklich ein Gestaltwanderer, sondern jemand, der ein Adeligen zum Beispiel verkörpert, obwohl er gar keiner ist und sich dadurch Vorteile erschleicht. Ja, ein Facts geweihten, der halt seine Profession nicht offenlegen möchte. Das soll hin und wieder vorkommen. Dein Hauptcharakter. Ja, im Grunde genommen schon. Eigentlich spielst du einen Schauspieler schon seit Jahren. Nein. Ich glaube, ich würde einfach irgendwie so einen nichtnutzigen Mime oder so einen ganz untalentierten Gaukler oder sowas. Der seinen Mitspielern auf den Sack geht mit irgendwelchen Vorführungen. Wenn du einen untalentierten Gaukler spielst, welcher Wert hat da ein Gaukelleiden bei dir? Ja, also eine Qualitätsstufe sollte er vielleicht noch hinkriegen, aber ich würde nicht so hochfauen. Bitte lieber Meister, ich brauche eine Erschwernis damit. Ja, finde ich cool. Ja, wenn ihr da draußen auch mal mit uns irgendwie quatschen wollt, so wie die Hörspieler, die haben uns nämlich auch angeschrieben, haben gesagt, wir wollen mal mit euch quatschen. Immer gerne. Wir sind immer offen für Leute, die mit uns quatschen wollen. Wenn ihr Themen habt, über die ihr reden wollt, gerne auch immer irgendwie rückmelden. Wir nehmen alles irgendwie auf und schauen, was wir daraus machen können. Ansonsten sind wir für Feedback generell immer offen. Lob oder für nicht Lob. Letzteres nicht so gerne, aber nehmen wir auch. Wir bedanken uns bei den Hörspielern. Checkt die auf jeden Fall. Bei die Hörspieler, das ist wichtig. Wir werden nicht konjugiert. Ah, okay. Bei Jan Hendrik oder Hendrik, Hendrik, Jan Hendrik, ist aber wichtig bei euch. Es gibt ja noch einen Hendrik. Das stimmt. Und bei Dominik, dass ihr dabei wart und uns Rede und Antwort gestanden habt und meinen Einblick in Schauspieler, wie sie mit Rollenspiel umgehen, umgegeben haben. Ich kann schon mal verraten, es ist nicht die letzte Folge mit die Hörspieler, sondern es wird noch eine Folge geben zum Thema Weltenbau und da könnt ihr euch dann auch schon mal drauf freuen, auf andere Ansichten und mehr aventurischen Insight, was es verlässt da geht. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns in einem Monat wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020